Musik Am Freitag stand die Festhalle in Aschau ganz im Zeichen von Tradition, Brauchtum und der Rosenheimer Wiesen. Bei der Kür zur Wahl der Missherbstfest 2016 kämpften unsere sechs Finalistinnen nochmal um jede Stimme. So hatten die Mädel verschiedene Showeinlagen einstudiert, mussten aber auch gehörig improvisieren, als es galt das perfekte Wiesenoutfit zu kreieren. Bei sagenhafter Stimmung in der Festhalle wurde es am Ende schließlich ernst. Unsere Missherbstfest 2016 ist Steffi Paul aus Neubäuern Ich bin sehr überwältigt, das ist ein wahnsinns Gefühl, wie sich alle Leute freuen, für einen ist es einfach Wahnsinn. Auch wenn man schaut, der ganze Fanklub, der ist immer größer geworden, ich habe das noch gar nicht gemeint, dass es wirklich so viele Leute kommen. Und ich freue mich einfach nur, ob Brutt da ist. Es ist echt wahnsinnig. Mei, man spekuliert schon ein bisschen umeinander und sowas, aber dass es am letzten Endes reicht, habe ich eigentlich nicht gemeint. Nein, ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, das werden wir sehen, was auf mich zukommt und fangen Sie nach dem anderen. Bis in die Nacht feierte die Fangemeinde von Steffi mit zünftiger Musik und dann doch noch der ein oder anderen Mass. Ja gut, ich war im Bus organisiert und habe gesagt, die Leute über den Bus, wir schauen aus, fahrts mit. Und es sind wirklich total viele mit dem Bus gekommen, es sind irgendwelche mit Privatautos gekommen. Meine Trachtenkinder waren dabei, von Fasching, von der Musi, Freunde, Familie, es waren einfach alle dabei, es war total perfekt. Nein, ich freue mich wahnsinnig, auch wie man seit die Stimmung gesehen hat von den ganzen Fans. Das ist dann in die Bierzeite oder in die ganzen Prosecco-Stadt und überall das Gleiche und da freue ich mich einfach wahnsinnig, glaube ich. Und lange dauert es ja auch nicht mehr. Am 27. August öffnet die Rosenheimer Wiesn ihre Tore. Und mit dabei unseren Miss Herbstfest 2016 Steffi Paul aus Neubeuern. Man sieht sich auf dem Rosenheimer Herbstfest. отс disciplined von Motors bis zum nächsten Mal. dues Wir sind die Schmerz